Das ist der erste Sing, Nummer 35. Das ist der erste Siedue von Abdeckopjas. Nummer 35. O kommt bitte dann den Königshoher und singet sein Lob, bringt den Preis und Ehre. Er wohnt, erhaben im Heiligtum dort, gepriesen von Engeln am Verblütschenort. O rühmt seine Macht, preist ihn Tag für Tag, den himmlischen Herrn, der alles vermag, der wohnt im Lichte und alles erfüllt, der Pferd auf den Wolken von Klarheit umfüllt. Du sorgest für uns, so wer kann's verstehen, mit Liebe und Treu die Nümer vergehen. Die Berge, die Teller, sie zeugen von dir und deine bewasenden Macht hören und führen. Wir Menschen sind schwach, ja nur wie ein Staub, vergehen so schnell wie herzliches Laub. Doch trauen wir dir, denn du bist unser Wort, im Leben auf Erden und ewiglich dort. Das nächste Nummer 488, das letzte, wenn du auf der Hingeste seht. 498 Vater, ich will dich preisen, denn dein Gott ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Gott ist wunderbar. und vollkommen. Jeden Morgen staun ich neu, was dein Wort enthält. Jeden Morgen staun ich neu, was dein Wort enthält. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. und vollkommen. Ich erkenne dein Wort, stets, was es verspricht. ich erkenne dein Wort, ich erkenne dein Wort, stets, was es verspricht. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. und vollkommen. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. und vollkommen. und vollkommen. Ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort bestand, ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort bestand. und vollkommen. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. und vollkommen. und vollkommen. Freude, Kraft, Mut, und vollkommen. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, und vollkommen. Gut, wir waren hier. Gut, wir waren hier. Es kamen von Prager, Bruder Isaac Baumann. Und nur dort, wo wir eine Geschichte haben für die Tinger, wo die Tinger hatten eine Fähre in Krill, wo er nur dort aller sein. Und dann, nur die Geschichte, dann, wir wurden leidsam von Jugend angelehnt und dann waren wir eben in die Botschaft. Ja, genug, unsere Geschwister am Hall, wir waren dort, dort, dort war ein Platz, wo wir uns in den Tup treffen. Hier wurde uns wahrscheinlich nicht so beobachtet, dass wir uns in den Tup treffen, so frei waren, dass wir hier in den Tup sind. Und wer weiß, ich habe uns da ein bisschen ein Blick, wo man, ich muss in den Verfolgung steht, wo unsere Brüder in den Tupen waren, haben wir uns da hinten vielleicht noch in den Häusern, und wer weiß, wo sich alle, haben wir uns verstärkt, wenn wir in ihrem Glauben. Dort kriegt Gott, wie vielleicht noch nicht, aber haben wir uns nicht die Erlaubnis, dass wir freiwillig den Gottesdienst haben. Aber Gott, dass wir uns das haben. Das ist wirklich schön. Ich wünsche jedem einen Gottessegen für diesen Applaus, für ihren Import sein. Einfach hier so kommen, hier so mitleben, hier so zuhören, und dann auch die Beiträge, die dort sein. Ich wünsche, dass wir so ein Segen mit dem Hartmutchen einen Segen geben. Wir singen uns dann, das werden wirtvolle Leute, aber wir singen uns zu den letzten Leuten hier so, das Wort Gottes, dort schenkt Kraft, Mut und Zuversicht. Das ist ein Wut Gottes werden. So, dann kann die Amtgebung, die kann da manchmal auch mit 3, überloten, das kann nicht sein Versprechen überloten, aber das Wort, dort bleibt lebendig, dort bleibt kraftvoll, und dort ist, in Fährreich wird wieder, wenn man das Wort angehen kann. Ich gehe doch hier an dem Psalm ein paar Falsch zu lesen, die Ewa schreibt von diesem Psalm, die sage ich nur so, die ewige Treue Gottes, wo immer Anstände sind, wo Anstände sind, schwierig standen zu uns, zu das geistliche Leben, für die Gemeinde und so wieder, aber Gott ist ein trüger Gott, seine Treue, die bleibt zu werden, für seine Kinder, wenn wir verjacht wurden oder so wieder, aber Gottes Treue persönlich denn jedem Gläubigen, der bleibt nur, der warnt nicht, der ist nicht aufhängig davon, wenn wir, und anzukommen, drei Stunden, das ist doch nicht ein großes Fährreich, was wir haben. Psalm 100, 40, sage ich, dass ich lobe den Herrn, meine Seele, ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gottlob singen, solange ich hier bin. Und das war am Gottlob und das sage ich dir nicht, wann Anstände sind reich sind, wann ich fände geredet haben, wann ich Stromguter fände schäle, und wir sind gesund und wir sind nicht krank und so wieder, dann, weil wir Gott loben, so ein Psalm ist das nicht. Das sage ich bloß einfach, ich will Gott loben, solange ich lebe. So kann ich vielleicht noch krank sein, ich kann vielleicht noch Schwierigkeiten haben bei meinem Tarp, also wieder, ich will danach Gott loben. Und meinen Gottlob singen, solange ich hier bin. Und ich will nicht anständen sein, und ich will nicht und so weitergehen, wir würden vielleicht sagen, dass die Gemeinde leben, dort sind nicht sehr grün, dort sind nicht sehr wäldig, dort sind nicht sehr fruchtbar, weil wir müssen die Karte noch schicken. Aber Geschwister, ich will das sagen, wenn dein persönliche Verhältnis mit Gott, wenn dort lebendig ist, dann bist du einer von den Bäumen, die gut geplant sind, wenn du von dir nicht gut schälen, aber die Psalm ist, sag ich, dort kann es anders sein. Ich wünsche ans persönliche Leben, wo alle können, ganz schön grün ütleten. Die Schwestern, wenn Amtstände schwieriger waren, und dann waren erschwander, dann werde ich bloß einfach Mutmärchen sein, dann doch nicht zufried geben mit, wenn wir nicht mehr kein Zeug haben. Dann werden wir das Wort Gottes studieren, dann werden wir lesen, werden wir sagen, das Wort Gottes von der Erkrankung haben für uns, und dann gehen wir einmal aus dem ganz drehen Baum stehen, und die Bläder, die sind vielleicht alle, die sind ganz mäßig, so zusammen die Stapen, die von der Erloten sind. Dann sind das bloß nicht nur Fächtigkeit, die wurden wohl verdritten. Die Schwester, weil wir nicht im Gästlichen so dort Erloten sind ans Leben. Weil wir nur stehen aus dem Baum, der in Butter geplant ist, so aus dem Baum einig zu sein, und so können wir sehen, in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn. Und weil wir am Loben, weil wir am Danken, dass diese Möglichkeit ist, das nicht aufhängig von Anständen wahrscheinlich nur Erloten wird. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können gar nicht helfen. Wir wollen uns nicht auf große Menschen diese Welt verloten. Die Welt wird vielleicht. Wir hören vielleicht uns der kraftigste Mann, uns der kraftigste Präsident der ganzen Welt, und dann hoffen, was Dei wird sein. Sie können nicht helfen. Gott im Himmel erst wird helfen können. Und er wird nicht nur helfen, er wird durchhelfen. Er bringt uns ein Ziel. Die Schwester, weil wir mit dem sein wiedergehen, und sein wird die Tätigkeit mehr sich bringen, und dann uns von Gott läden, wird er auf ein gute Ziel. Und er will uns als Gläubiger, er will uns ein Ziel bringen. er will nicht haben. Doch einer oder andere soll man einmal verzeihen. Und sie denken, das hat doch nicht gelungen. Ich habe doch nicht gelungen. Die Schwester hat durch Essen war ich. Und er war ich die Vierte ums Ziel. Und die Vierte mit dem Ehen. Weil wir in Gott vertrieben wieder gehen. Ich freue mich in der Hauptneigung von dem Gebet. Einweiter der Gott und Führer, wir wollen die Nomen hochheben. Du bist würdig, zu nehmen, Lob, Preis, Ede, und Anbetung. Du bist erhaben. Du bist souverän. Du hast alle Macht. Wir preisen die, dass du allmechtig bist. Menschen sind mechtig, das erkennen wir auch. Aber dass du allmechtig bist. Wir wollen dienen können. Du wollen dich stunden. Du wollen dich gehen. Du wollen dich loben. Du wollen dich loben. Möchtest du hier das wieder mit ihnen sehen. Auf diese ganze Versammlung sein. Und sagt mein Bruder John, wenn er hier wieder Wut will haben. Und sagt, unsere Vorträge wurscht dir den Segen durchgegeben. Als uns gebären, Jesus ihn nomen, mit der Anzahlung. Amen. Gut. Da wollen wir nächste in der Geschichte haben. Wir haben ein paar Dieste. Da sind kein Feucht. Das ist das jetzt. Und wir wurden von feuer über 12 Jahre voran und kommt ihm auf den Fähr. Und hier waren wir was erstens. Da ist es bereit. Die kleine Tänge kann sie kein Flur. Und hier kann man viel parken. Ich glaube, wir werden schaffen. Mal mal sein. was wir hier so ein Gauzchenge. Mir freut doch diejenigen auch in die Tänge. Gibt es die Geschichte zu hören? Ich habe Ihnen mal erfahren, was Gott nicht beschützt hat, dass er nicht nach dem Schicksalland gekommen hat und ein Trubelsband gebetet hat. Wir wollen hier eine Geschichte haben, wo Gott eine Person beschützt hat. Einmal war er beschützt hat, ohne dass er noch nicht mehr da wird. In dieser Geschichte hat sich von Amy. Sie werden eine Messinaurin, so wenn er sich abgeworfen wird. Und nach acht Jahren hat sie in Indien ein Haus, wo sich Arme und Verstande Tingen annehmen. Sie werden sie dort pflegen und sie werden sie von Jesus vertellen. Und dass sie Jesus aus ihrem persönlichen Haar in Heiland annehmen können. Und nun wird er bei uns, dass Amy fehlt und in der Gratere steht. Er fehlt mehr Land und sie fängt an zu beten. Und Gott wird in Wahrheit aufmerken, dass er das Land besitzt. Er hat sie dort geschehen. Fünf Jahre hat diese Eendeimer sich gewählt, das Land zu verscheiden. Aber Gott wird in der Arbeit. Und Gott verandert diese Eendeimer ihre Harten. Und über das entschlossen sie sich. Sie würden Amy das Land vertreiben. Und das Land wird verkauft an Amy und diese Familie. Und sie schafften Taub auf das Land, das sie gekauft haben. Und auf diesem Land steht ein großes Monument. Von wo diese anderen Menschen die falsche Jata anbieten. Sie kommen zum da anbieten. Und diese Familie schafften alle Taubten, die sie durchbrechen. Die Mama schafften mit Brechstangen. Und die kleinen Tingen, die führen die Steine dann weg. Und auch die fiefjährige Tingen, die können die Steine weg führen. Und als diese Gruppe Amy mit Ere Tingen taubt, die hier schafften. Dann werden sie alle Taubten beden. Und sie danken Gott, dass sie ihre Maja-Lante geeft. Dass sie nicht mehr Ruhe haben. Und dass sie die Krater mehr können, die Maja-Tingen annehmen. Und sie beden auch für die Lied. Die immer kommen, um die Jahrzehnte anbieten. Dass Gott und auch Jesus Christus lieben und in die Harten ankommen. Wenn Jesus wieder einzig war, können Menschen ihre Sünden vergeben. Und wenn sie dann noch beten, für die Lied, die kommen zum Umbeten, dann werden sie endlich einmal beurteilen, wenn sie diese Jata durchbrechen. Als eine junge Frau hat Amy dort gelebt, dass sie Gott als Ehrenbeschützer haben hat. Und als sie in Irland hat geholfen, da hat sie irgendwie ein Tinger heim. Da hat sie wohl ein Hüßgebiet gebetet. Und wenn sie dort schafften, dann wurde sie von der Gruppe Mialis ein, was den ganzen Tag überschworen in der Fabrik schafften musste. Und diese Mialis durften sich nicht sein Geld benehmen. Und dann dachte Amy so, ich will diese Mialis von Dichterbemel lernen. Und was würde es besser sein, als dass sie direkt in das Haus in der Stube renten, wo diese Tinger in der Stube renten, wo diese Mialis wohnen, um die Dichterbemel lernen, wenn sie wohl ein von Jesus ihnen Leute vertellen. Und diese Mialis wohnen. Und diese Mialis wohnen, dass sie nicht gut aufschauen leiden, dass sie auch in der Stube leiden. Und sie packt sich da eine Stube. Die Stube sagt, nicht sehr schmerz. Die Stube wird sehr schmerz. Und sie wird ganz viel Eis haben. Aber Amy dachte sie, ich will meine Maut nicht sinken lassen. Ich will hier Mauti mit dieser Mialis leben. Und ich will die Leif gewinnen. Und ich will die Sonne nach Jesus Christus bringen. Und da braucht es eine besonders große Anstrengung, weil sie wieder in der schlagste Port, in der fährlichste Port von der Stadt, wo sie wohnen kann. Ein Abend, wenn sie ziemlich laut wird, dann wird Amy am Bach nach Zürich. Sie will vorhin ihre Mama besuchen. Und als sie da so ein kleiner Gast hat, um nach Zürich gehen, dann einmal sind dann eine ganze Gruppe der Jungs, die in die Hänge reingehen. Und Amy denkt sie, sie wird bloß schnell sein, und ganz ruhig wieder gehen. Sie vertritt. Gott würde Nevada beschützen. Und sie denkt, dass man sie keine Angst hat, und sie denkt bloß wieder fliegen. in die Gose. Und das ist eine Gruppe der Jungs. Die werden immer groter und groter. Und die fangen sich an zu räumen, Amy zu stellen. Das wird zu sein, dass sie irgendetwas schlägt mit Amy an. Und Amy sagt das. Sie kommt in die Gose. Sie kommt in die Gose. Und dann hört sie sich wieder bei einem Rekethus, und da sagt eine Früder auf den Berne, was aufhörigend. Und sie schwindet der ab, und fällt Amy an die Hand, und traf sie in die Hüse an, wenn sie sagt, dass Amy eine große Gose von den Jungs wäre. Die Früder stellt sich dann in die Gose an, und sie schallt die Jungs aus. Und sie wollte sie aber von der schlechten Tod im Sein holen. Und in dieser Früder hat Amy eine Hand und Pfoten eingetragen. Nun wird Amy von dieser schlechten Jungs geführt, und sie wird nicht wieder vorbitten. Aber Amy dachte noch so. Das ist nicht bloß diese Früder, die mir gegratet hat. Gott hat diese Früder angegeben, dass sie meine Schwinsel in die Hüse antragen, dass ich wieder vorbitten werde. Und das Abend, dann lehrt Amy das wahrer. Doch Gott hat das wahrer beschätzt, und sie kann das nicht sein. Vierige Jahre später, als Amy in Indien wohnte, und dort mit einem Tänja-Heim anfängt, dann wird nicht bloß Amy in die Vorher. Auch all die Tänja, die sie dort in das Heim haben, die werden in die Vorher. Die wurden sehr bedraut. Und dann hat Amy erhört, wir bloß ein kleiner Teil, was er gebietet worden. Und die Tänja, die werden nicht hoch genug, damit sie nicht irgendwer können da beendet sich nicht anbieten. Und dann ein Mann eingeht, und dann wird sie an, dass der Mann, der der Besitz erhöht, die da einen Lautsbücher absteuert. Und die schreit die ganze Nacht, über den Lautsbücher, wo von der schlechte Mial das Amy ist. Und das schlechte, wird sie da alle da. Und sie merkt auch sehr schlecht. Und sie schreit die ganze Nacht, die Tänja hierher. Und sie sagt, dass Amy da ist, und sie die Tänja da hernimmt, und sie nennt die im Haus, sie vertalte von Jesus, sie leift die, und sie liebt die Tänja auch beden. Und das gleiche, dass sie liebt, so sehr schlecht. Und über den schreit sie noch, durch den Lautsbücher. Und auch von Mannerschecken, die wollen hier rein alles durchbrechen. Hier wird alles abgeben, hier wird Tänja bleiben, und die Tänja bleiben, und die Tänja bleiben. Diesen Nacht schreit Amy nicht, er mit Hilfe, er aufhörer schreit nicht, auch die Tänja schreit nicht. Die ganze Nacht, wenn sie, sie lebten, in ein großer Vers, was nun passieren wird. Und auch Gott, wie er doch, sie besitzt bare Amy und alle Tänja. Und über dem, hier die Mohn ab, mit über den Lautsbücher schrieb. Wenn er auch sehr viel vor wird, wie die Kinder haben, und sehr gedraut wird, was da alle passieren würde, dann wird doch immer mehr, mehr, damit die Klinikchen auf die Hand kommen. Einen Tag, dann rand einem Jahr, von einem Tag, wo bloß Hindus wohnen. Und sie, hau klar, sie würden nicht mehr die falsche Jahre umwählen. Wenn ich bloß noch einmal war, bei Amy komme, dachte sie selbst, dann komme ich mal von den Worten, Gott, von Jesus Christus. Dann wollte ich ihnen zu Jesus bieten, und er wollte auch mir helfen. Aber sie hat Angst, wenn sie über den Dörfer dran, wenn sie war, dass er freundschaften kommen, erhängt. Wurde sie bloß noch sagen, dass Amy erhängt. Und dann dachte er auch bei, dass Amy er der hatte, kein Schlag. Wurde sie beschätzt worden, oder würde ihre Freundschaft erkommen. Aus diesem Jahr, wenn bei dem Dörfer ankommt, wo Amy wird, dann riecht sie, Amy, hol dich um Hilfe. Amy, kannst du mir helfen? Ich will hier bei dir sein, aber meine Freundschaft kommt hinter mir, und sie will nicht haben, dass ich das Jesus umbeten soll. Kannst du mir helfen, dass sie mich nicht wollen, mit dem eigenen Haus nehmen? Amy dachte ich, wenn ihr steht, wo kann der uns verstecken, wenn die Freundschaft kommt, dass sie nicht wollen, dass sie mich mitnehmen. Und dann fällt er bei, dort im Dörf, bei den Törf, der Hochbüfe am Turm, dort würden sie ihn abkriegen. Dort wird immer eine schlafen, aber sie schlafen die Arbeit, schwellen sie ab, und sie verstärken sich durch. Die ganze Nacht sollten sie die Böse auf den Törf. Und dann kam die Fremdschaft, sie kamen mit dem Dörf, und sie sagten, dass wir alle wollen, dass wir alle nicht zu finden sind. Sie sagten und sagten, sie wollten nicht dieses Ziel von Jesus lernen. Und die Böse dachte der Böse auf den Törf, sagten sie, wollen sie mich einmal hier nachfangen? Ob ich mich wüsste, wenn sie entfangen würden, dann würden sie auch auf den Mialtchen Seierschlag behandeln. Aber Gott hat in dieser Nacht nach Wara beschätzt. Gott hat nicht den Mialtchen nicht fangen, treten sie sich an und gegen Wara trägen. Wo wussten die die Fallen? Können die etwas von Menschen verstärken? was die wollen weitergehen? Wo würde die da gehen? Wussten die auch Angst haben? Was ist das? 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 dass ich Leift die und Jesus ist für die sterben und er will auch haben, dass die Jesus in die Hand nehmen soll. Emma, Maja und Maja Tjenja kommen in das Heim. Ein Abend, als Amy sich seine Späufe machte und das bietet ganz viel, dann fällt Amy in eine Grube. Vielmehr muss sie durchlegen, dass er irgendetwas helfen kann. Mädel in der Nacht wird er in ein Krankenhaus gebracht und das rennt so. Ein großer Stromrein kommt noch auf. Die Wege werden ganz ungewohnt. Sie können gar sein, wo ein Loch wird. Einmal stöckst er durch das Loch. Eine Erbein fliegt nach. Dann kommt er auf. Eine Erbein kommt auf. Eine Erbein kommt auf. Aber wenn wir dort fertig nicht durch das Loch geraten kommen, die Wege werden wieder auf. Die Wege schält von der Butter, die sie schälen. Dann werden sie aufgerutscht und dann werden sie unheimlich verdrinken in der Butter. Aber Gott hat aber Amy beschätzt, wenn Gott wohl noch nicht hat, dass Amy von dieser Welt weist soll. Sie soll noch wieder länger leben. Gott hat Amy gelebt, dass er Gebete beantwunden hat. Aber Gott hat nicht immer die Gebete beantwunden, als wir gleichen würden. Dann einmal dann der Gott ans Gebeten nicht beantwunden. Und Gott hat auf Amy gelebt, dass er ein kleines Kind wird. Dass er Jesus Christus in Ehrheit nehmen kann. Alles in kleines Kind. Und Gott hat Amy das auch gelebt. Die Dinge, die eine Ewigkeit wird, dass sie sehr wichtig sind. Und dass Gott für uns sorgen wird. Und er hat immer die Beste von uns. Und Gott will nicht sein. Und er hat uns gebeten. Gott hat auch gelebt. Wenn Amy sehr jung wird. Dann wird Gott einmal nicht gesagt zu Amy. Er hat gebeten. Wenn Gott will, dass Amy die Sohn in die Ahnung gehen soll. Und er soll in die Ahnung alle von Jesus seine Leife erzählen. Woher Jesus hat Leben gehalten. Und auf der Zeit kann Jesus erst einen persönlichen Rat in die Ahnung nehmen. Und dies muss Amy vertreten. Und dann wird Amy das auch gebeten. Und Gott sagt, dies muss nicht wahrnehmen. Gott will das Beste von Amy. Und er solltet sie nicht in Amy sein. Doch dann ist Amy in die Hand gefahren. Und er hat sich gebeten. Er hat sich gebeten. Und jetzt kann Amy nicht mehr. Er sollte immer in die Kinderheimen gehen. Und er hat sie gerne getan. Amie sagte noch, Gott, wirst du mich bitte heilen, dass mein Bein nicht mehr so weit ist? Oder wenn ich das Titel gestorben soll, dann nehme ich hier weg, wenn ich so weit ist, bloß nicht erdrehen. Oder Gott, dass Amie eine Bein mitnehmen beantwortet hat. Er sagte, nee, Amie, ich habe noch eine große Aufgabe für dich. Ich will die Sossi noch länger auf dieser Welt sein. Diese Familie in das Heim, dort war es gerater und gerater. Aber Amie hatte eine Weide, die in den Scheiben war. Sie können meist gerade nicht mehr gehen. Sie können sehr abends von ihrer Stuhl verlassen. Sie muss meist einmal bloß im Bad liegen. Manchmal kommen die Kinder, die in Amie ihre Stuhl nennen, zum Arbe siegen. Aber Amie können nicht mehr tun, was sie alles in das Kinderheim viel zu tun. Sie können nicht mehr tun, sondern sie können nicht mehr tun, sondern sie können sich die Arbeit hier übernehmen. Und dann kam die Kinder, die in der Tüte ging es dort wieder. Nun wird Amie, weil sie noch einmal die wichtigste Arbeit in ihrer Leben haben. Na, was hat Gott dann nicht für sie? Was wäre dann nicht noch so wichtig, was sie soll tun? Nun hat sie die Tüte zum Schreiben. Amie schreibt die Geschichte von ihrer Arbeit, wo Gott sie in Indien umgezogen hat. Amie schreibt, 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 schreibt. Und sie schreibt auch immer, wenn Gott einmal das in Lieden schreibt, dass er doch meine Dorte bräuchten hat, dass wir dichter Binnen und Gott getroffen wurden. Und sie schreibt auch von der Grote Woik, was Gott in ihr Leben gedoen hat. Und sie schreibt auch über Indien und über die Woik, was Gott in das Land gedoen hat. Gott, die bräuchte Amie ihre Schriften zum anderen Menschen, die an Jesus Christus geleistet haben, zum Dott, die würden mal eine frische Malt voeten und für Jesus da sein. Und die Schriften wurden dort gebräuchte und die Hopen, dass viele Menschen sich entschließen würden, ich will auch eine Missionale geworden, ich will in die Welt kommen und ich will die gute Nurecht von Jesus Christus in alle Menschen bringen. Amie, das Dorf und die Nähtien, einefäftig. Aber Gott bräuchte ihre Geschichten, und was sie abgeschrieben hat, macht Emma, zum Dott, Menschen sich einsetzen, und Dott, sie über die ganze Welt kommen, und vertalende Menschen von Jesus Christus in Dott, die Ernterei erraten konnten. Vielleicht hat Amie ihre Geschichte, die von dir und auch gewesen, Dott, die immer wissen, dass sie nur drin waren. Eine Gaufte erleben, um Gott zu deinen, und Gott will auch her, dass du dein Leben sollst geben, um Jesus zu deinen. Wenn du Jesus aus deinem Rade hast aangenommen, wenn du Jesus aus deinem Horten angelogen hast, dann bist du auch dort, und dass du kannst, was du für Jesus an deinen. Das ist wie in Rheima 12 ankommen. Gott macht, und hey, well, vielleicht kriegt er nun, die, die du am Horten leidt, dass du uns ein Tag aus dem Menschen nachgehen, oder aus dem Menschen nachherin, so dass Amy das duid. Und vielleicht wird Gott immer, dass du uns wirklich auch, in einem anderen Lohn gingen, die kleine Dinge von Jesus zu erzählen. Aber vielleicht will Gott auch her, dass du doch gerade hier zu sollstern. Wo immer du bist, du hast die Möglichkeit, von Jesus zu vertellen. Na Gott, wo ist die Neuze, klingelst du bist, und was kann ich von Jesus tun? Weil wenn du noch andere Personen gehst, andere Dinge gehst, und sagst, dass Jesus läuft dir, und du vertelst dir, was Jesus für dich getan hat, und dass Jesus in die Horten angelogen ist. Gott will her, was immer die Döne kostet, so ist die Döne. Klappen dann, wo alt du bist, oder wo jung du bist, du kostet auch von sehr klein an Döne. Amy, der dein Gott er ganzes Leben, sei Frank, sehr jung an, all Gott dir deine, und sei dein Gott, so lange das Leben dein Bett zu stören dein. Wuscht du gleich, dass du weißt, was für Jesus zu Döne? Wuscht du gleich, was für Jesus zu Döne? Du kostet. Go bloß zu dem nächsten, und sei, was Jesus in den Leben gedoen hat, und feld dem nächsten, und sei, wie will Jesus in den Horten annehmen. Gott wird den Seine, und die wollen, von Anzeigen, und andere Menschen von Jesus in der Leife erzählen. Gott met dir, dann will ich dir, was ich dir tun. Jesus in den Horten, Jesus in den Horten, Jesus in den Horten, Gott ist, Gott ist, Du gabst uns deinen Sohn, dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt. Jesus in den Horten, Höchster, Höchster, alle Namen, Gottes Name, wir zu tragen, meine Sünde lohnt. Danke, danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn, dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt. Einst werde ich ihn sehen, dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, in der Herrlichkeit. Meinem König wird sich dienen, bis in alle Ewigkeit. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn, dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn, dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt. Gott, noch eine längere Zeit, abwesend gewesen, und, äh, dies wird nicht Gottesdänzen, und das wird uns in den Horten berühren, von der Aushovens, zu sagen, wie viel die Kuhmöser sind. Für mich ist eine große Überraschung, zu sagen, wir sehr viele Äldre, mit Tinger, die Jugend auch, dass die alle teilnehmen, und das ist ein großer Segen, von der Aushovens, die mit der Gemeinschaft zu haben. Wir haben uns so gewöhnt, dass wir die Gemeinschaft haben, zu tun, und von der haben wir die Gemeinschaft. Wir haben nur die Gemeinschaft gehabt, am Eten, und wir haben einen sehr schönen aufgerissen. Und ich sage, sehr herzlich Dankeschön, für alle die, die sich bemüht, und angestrengt, und so ein schönen Etenpferd versaten. Die sind mitgeworden, und wir haben schon gegeten. So der Herr vergelt, den Segen euch, über alles, wer Gott die Ehe geben hat, und wir teilen, dass ihr das können, so ein schönen Etenpferd anzunehmen. Ich werde wieder gehen, zu der Botschaft, und ich will den Begräschungsforsch lesen. Ich habe den Begräschungsforsch lesen, ich habe den Begräschungsforsch, in der Versammlung, in der Versammlung Kapitel 1, Vers 5 gebrockt, Vers 5, wo ich sage, der da ist, und der da war, und der da kommt, und von der weg, in der Versammlung Kapitel 2, Vers 8, wo ich sage, Heilig, 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 ist der Herr, der Allmächtige, der da war, und der da ist, und der da kommt. Das war das ziemlich, das selbste Versch, was im offenbaren Kapitel 1, Vers 5. Der wird der wir, der wird der Erste, und der wird der Chämt. Dann redet er einmal von Gott, von dem Allmachien, in der Geschichte hier, wie der Unterschied, Januar hat er aufgehört, er denkt, und wir bewerben, was dem wahren Gott deinte, und das ist der größte Unterschied, und das ist dieser Dankbar, dass wir da sind, wo wir können sorgen, wie dein ein lebenden Gott, ein Allmachien Gott, und wo scheint, dass wir dann dann sein, heilig, 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 also der Dreieinigkeit Gottes, das ist eine Dreieinigkeit, und dreimal sagt es hier, heilig, er ist Gott der Herr, der Allmachier, und wie sein, er ist der Allmachier, er ist in Kontroll, viel mehr empfangen, und vielleicht ein Zweifels abzustehen, wo er ist Gott wirklich in Kontroll, und lebe, er ist in Kontroll, wie sein, natürlich in Bibel, immer wahrer, wo Gott die Menschen gerät, und das erste Mal, als er sei, er ist gekommen, er ist in Kontrollen, er ist in Kontrollen, er wird die Menschen sagen, Gott, er will die Norde haben, und als er dort hat, Gott anzuladen, er will uns bloß Norde in seiner Gemeinschaft haben, und wo scheinbar, er kann sein, hier sehe ich, an diesem Fall, aus dem Thema, ich finde, Gottesdienst, durch wahre Anbetung, so, da war es von dem, mit meiner Norde, in Gottesdienst, durch eine wahre Anbetung, das erste Mal, was ich lese, in 2. Mose Kapitel 3, Vers 1, bei der ich saß, und dann lese ich, Jesu Kapitel 4, bei der ich 15, also hier, in 2. Mose Kapitel 3, Vers 1, sagte, Mose aber hütete die Schafe Getrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe hinter die Wüste, und kam in den Berg Gottes hoch rein, und der Engelsherrn erschien ihm in einer vorigen Flamme aus dem Busch, und er sah, dass der Busch mit Feuer brannte, und war doch nicht verzehrt, und sprach, ich will hingehen, und beschauen dies große Gesicht, warum der Busch nicht verbrennt. Da aber der Herr sah, dass er hinging, zu sehen, rief ihm Gott aus dem Busch, und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf du stehst, ist ein heiliges Land. Und sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Jakobs, und Isabs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und dann noch Jesua, Kapitel 5, verdrehten, verdrehten, verdrehten. Und es begab sich der Jesua, bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob, und war gewahr, dass ein Mann ihm gegenüber stand, und hatte bloß ein Schwert in seiner Hand. Und Jesua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns, an oder unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin ein Fürst über das Herr des Herrn, und bin jetzt gekommen. Da fiel Jesua auf sein Angesicht zur Erde, und betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Herr des Herrn sprach zu Jesua, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig, und Jesua tat also. Und da habe ich morgen in unseren Tagslesen, von der, das Ware holen, dann seht der Herr, trage deine Schuhe aus. Und wir wollen damit wieder nennen gehen, worthaft, von der, zu ernst zu sein, und wo Gott, dass es dort ja eine Mahner sein wird, trage deine Schuhe aus. Deshalb, von der, eine Bedienung, und Gott, der Herr, ist von der, der Hämmer des Selstier, Gott in seiner Heiligkeit, dass er dort wird. Und wenn Jesaja, der trage deine Schuhe aus, das ist ein heiliger Platz. Da war aber einer so klar, dass wir nicht, dass die Erde so heilig wird, sondern von der, wie dann dort so ein besonderer Platz wird, aber dass wir die Heiligkeit Gottes wird dort. Und wenn die Heiligkeit Gottes wird dort, dann soll Moses seine Schuhe tragen. Und die Heiligkeit Gottes ist von hier, und da ist es so wichtig, ich will da auch verstehen sein, ich will Leute noch anwandern, weil ich die Rücken da, im Geistlichen, aber dass wir die Schuhe tragen dann, dass wir offline, dass wir das Feld oft allein, um, dass wir Gott anbeten können, in seine Heiligkeit. Und Jesaja, zu dem wird auch gesagt, er sagt, ein Mann mit einem Schwert, und als er zu dem Mann da sitzt, dann fragt er, best du mit uns, best du in jener 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 jener. Und ich will bloß halten, dass die Könige Israel, dass das Herr der Könige Israel, dass dort gerät werden kann. Und dann sagt der Herr, auch dort Jesua, trage deine Schuhe aus. Und wir wollen von der Anbetung Gottes an den Klima anführen, im ersten Punkt, trage deine Schuhe aus, zweitens, lebe von der Welt getrennt, und drittens, erhebe nun das Herr. Punkt 1, trage deine Schuhe aus. Als Mose den brennenden Bosch sah, wurde aber nicht verbrennt. Da wurde Jesaja nirschiert. Wie kannst du ein Bild merken, dass dort brennt wo ein Bosch, und Mose hatte wie ein Land für sich allein in der Wüste, und er hängte die Wüste, in den Berg Hore, und er wurde durchgegangen, und er hat schubt, das ist auch noch mehr weg. Er wurde dort und so, bei dem Berg Hore, und einmal sagt er, wenn sie so lang, hat 40 Jahre schubt gewährt. Also du kannst verstehen, Mose sei ja viel allein gewesen. Und bei einer sagt, hier bin ich mit seinem Gott. Hier bin ich allein gewesen, hier bin ich von Ägypten weggerannt, hier bin ich im tändlichen Haus abgetragen, in Ägypten, und da hat er ja sein, wo ein Ägypter sich streitende mit einem Juden, und dann nahm er und brach den Ägypter an, und da bin ich am Rahn, da verleiht er das Haus. Und er wurde mit dem Schwerführer in der Arbeit, aus dem Schubsort, aus dem Mann Gottes, wieder 40 Jahre, und ich will sagen, 40 Jahre in der Tollbereitung, dort auf der Weltstaub. Und dort immer auf der Weltstaub, mit dem ganzen Schub, dann sieht er immer dort, brennt ein Bosch. Und er meinte, ob er das bisschen Stroke am Bosch, wo der brennt, und der brennt, und der brennt, und der verbrennt nicht. Was will es denn sein? Er lässt das Bosch, dass wir das dürre Volk Israel, was auch so kraftlos wäre, so machtlos wäre, aber Gott weiß dort, der brennt ein Vier, und das Volk wird nicht vertilft worden, und von der aus der Saal zu Gott, und wir haben ja immer den Volk. Aber das hat dann gesagt, er würde das Volk sein. So, wir sagen hier, das brennt, brennt, verbrennt nicht. Aber er wird die große Nische hier, so, Bruder, wo wir nur da gehen, und sagen, was das hier an? Was so verbrennt das hier nicht? Da muss doch sein, was besonders sein. Hier geht man nur da, und was passiert? Dann kam über der Bosch, über dem Vier, die kam eine Stamm rütt. Und, das ist ein Stamm, der sagt, Mose, Mose. Ich sage mir, für Mose, was er erschrocken hat. Ich dachte, wie allein in der Wüste. Hier ist die Töne nicht, was mir getan hat, und wo wird hier einmal einer mir benommen haben. Und die können ganz klar benommen haben. Und woher kann das Füste als eine besondere Stamm, was er rüttet, Mose, Mose, und er rüttet der Füste, hier bin ich. Ach, sieh hier. Der Herr sprach, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen. Bist du, als er so ein Held ist, steht, wenn du bist. Du bist in der Gegenwart Gottes, und trag deine Schau für deine Feind. In Gottes Gegenwart wird Moses seine Stoffe, Sandalen, nicht gut genug. In Charaktis, von der Leber zu hören, Gottes Gegenwart, unsere Stoffe, Sandalen, die immer wir abgewiesen haben, mit unserem persönlichen Leben, mit unseren Vernunft, mit unserem Gutdenken, und alles, was wir haben, mit unseren Ehen, mit all unseren Stoffe, und Sandalen, sei wir allmählich würdig in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist wichtig, dass das ausgetrocknet wurde, aufgetrocknet wurde, was sie wieder nehmen. In der alttestamentlichen Zeit, da fängt es ziemlich viel von Schau auf zu leiden, Schau übertragen. Wenn sie in der Reine in der Route, Kapitel 2, Verschacht, denke ich, das ist wie ein Hornel, was er gemerkt hat, und vielmehr, wenn ein Hornel gemerkt hat, wenn einer sich was angenehm hat, wenn er sich einmal sieht, dass er sich ein Hornel erhält, von Hornel, und er nimmt sie in die Schau, und er schmeckt er dann ab, vielleicht auf das Ding, was er sich gekauft hat, oder das nächste Mal er tragt er die Schau, in den J.F. Janum, wenn man Hornel gemerkt hat, er nimmt sie in die Schau, bloß einmal einmal zu bewiesen, das Hornel ist nicht vorig. So, es ist doch auch viel. Es sind doch vielmehr, in den Tempel, die gehen immer weiter, wurden Schau übertragen, wenn sie irgendwo in der Heiligkeit entgegen, sie trocken sie wieder, Menschen trocken sich die Schau übertragen. In der Beschreibung sind das, von denen in Indien, da haben wir viele Menschen in Indien, die würden sehr beleidigt worden, die würden besägen, und wir würden so vielmehr tun, als die mit nicht nur sind, als die Feinde an der Beine haben an der Leid, als die Schausohn von ihnen zu sein sind, dann sind die Beschreibungen, dann sind Menschen, sei er deutlich beleidigt. Die wollen keine Schausohn sein. Da haben die von der Herr, frage ich die Schau übertragen, und, mit der, in anderem sind sie über denen, und oft, hat er ihnen an die Roden, und haben sie dort was, etwas Grotes von ihnen gemerkt, er hat dort den, und, nun darf nicht irgendwer seine Schaus holen. So, ich habe mir immer geteilt, in Indien vor, entweder ich trage mir die Schau übertragen, oder ich würde wieder den Blick auf die Flur lachen, dass ich nicht nach einmal wie ein Beläden war. Und das Bild von dir auch, was wir hier wollen nicht lernen, was wir mal geistig sein. Wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, dann müssen wir die Menschen alle aufleihen. Liebe zwei Herren, wir wissen, wir sind alle mit Fleisch und Blut am Gift, und uns hängt so viele Dinge an. Wir sind so am Gift mit Dingen, und das braucht, um in Gottes Gegenwart zu kommen, in der Anbetung zu Gott, dann braucht es das wieder aufleihen. Und das ist der Fehler, das ihr lest, gerade in Gottes Gegenwart zu kommen. Und dann würde ein Schreiber geben, auch bloß allein, weil wir um die Zeug fahren, die Fehlungen nehmen, wir lange nicht teilt genug, wir machen es frei vom Gottesdienst, wir leiden unsere Arbeit haben, wir tragen uns das schon an, und wir haben ein Gebet für den Prediger, ja. Und die vor der Zeug, ob ein Schreiber geachtet hat, da wird viel zu wenig angewandt von dem Gottesdienst zu gehen, weil es dort, wo wir Taub kommen, da werden wir Gott anbeten, sehen nun, weil wir hochheben, und heute soll verheiratet werden, über alles. Und so haben wir uns hier von dem versammelt, und wenn wir gebeten, dass wir uns alle würden, können wir die Schreiber tragen, nicht die Schreiber befreit haben, sondern geistlich angewandt, denken wir, das würden tröbeln. So viel mehr, nicht wahr, die kommen in die Zeug, die sagen, wenn wir mit anderen gehen, Gott das Taub über Gott anbeten, ob wir dort in die Zeug, die Gedanken können ganz selbst vorhanden gehen, die gehen vielleicht noch an den Stab, wo die Leute am Boot erfüllen werden, die gehen vielleicht noch an den Schreiber und die haben ziemlich viel Druck aus dem Schreiber. Nächste Mal gehen sie irgendwo in andere oerterliche Dinge, wo ich mich geputzt habe, und so wieder, und wo die Nuba noch nicht mehr ticken, wo kraxiert ich mich öte, und so wieder, und so weiter, das muss es sein, von hohen Wichtigkeiten, ans Tags noch, dass wir bereit sind, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, Gott anzubeten, Gott das Nomen hoch zu heben, dass wir dann an die Schreiber getragen, wir wollen alles aufladen, was das hingehört. Ich war bei den Händen nicht aufgetragen, dass ich von der Aushofer ist, dann wünsch ich, ich könnte es nur in solchen Herzen in Gott beten. Halt mich, dass ich meine Schreiber getragen, dass ich bloß war, einzig, der allein hier bedient wurde, in dieser Gemeinschaft, und ich kann ja Gott das Taub, uns zu nennen lassen, während der Wut Gottes hier gepredigt wurde, dass er nicht mehr aufgeladen wurde. So tun es am Herr, und so tun wir nicht, dass Gott ihnen wichtig sein soll. Hei, weil bloß, noch immer, irgendwo wird Gott zufried sein, und sind Gottes dort haben wir nicht, wo wir los da sein, von der Aushofer ist. Wir haben nicht einen Gott, der bloß, so immer, zufrieden ist, sondern hei, wir wollen unsere Vorhofer anbeten, hei, wir wollen uns gehen. Hier haben wir menschliche, hier haben wir einmal Scheinruhen. Hier komme ich Taub, am Gott anzubeten, am Amt zu verheiligen. Und ich freue mich, dass wir diese gelegenheit von der Aushofer haben, was deiner haben noch in Erholung gehört, dass nicht die Möglichkeit sein, oder wir würden mal ein bisschen ein oberen Plan, würden uns der Taub kommen, und ich sei überrascht zu sein, was für eine große Versammlung von der Aushofer ist, als wir an Taub gelegen haben, zu singen, und zu beten, und zu beten, und in andere Gemeinschaft Taub zu haben. Wurde auch, um den Namen des Herrn zu erhöhen. Und ich freue mich, was ich immer werde hören, und ich möchte eines Ehrm und Sinnsmaß auf die Bete stellen, weil wir die Unterholung haben, wo wir bereit sein, sie sind zu Dank auf der Botschaft, die gepredigt worden. Und sie sind wieder zu beten, dass es klare Botschaften gepredigt worden werden. Und es ist so wichtig, wenn wir in die Heiligkeit Gottes kommen, es ist so wichtig, dass die Deiner Gottes ganz aufgegeben ist, dass die Gebräten ist, dass die Dein mit dich ist, und dass die Geist Gottes schaffen kann, wo wir, wirst wie kaum Taub in der Ehrfurcht Gottes den Namen des Herrn hochgeheben, in Gott so verheirrlich waren. Wenn wir von denen nicht würden im Namen Gottes hier Taub sein, würden wir bloß in der öterlichen Taub gekommen sein, wir können seine Leute in die Höhe fahren. Aber wenn wir in dem Sein hier Taub sind, dann haben wir uns die Schau getroffen. Aber wir sind hier Taub im geistlichen Sein, am Gott zu verheirrlichen und die Wut zu lassen, da wo wir keinem See in die Höhe fahren. Also, die Verlangenen Wut Gottes, das ist ein Ehrfurcht Gottes, wie sowas Gottes Wut gepredigt, die Botschaft haben wie Gottes Wut, auf eine Frau, können wir einmal noch die Deinbein in der Anbetung Gottes uns nennen lassen. Das ist die Gedanke fehlgeflecht, Luther Tiet, können wir uns noch irgendwo die Deinbein in der Anbetung Gottes nennen lassen, wo wenn, wenn Gott uns gnädig sein würde, Gott würde sich bezeugen, und wenn wir nicht würden, wieder bei seiner Schwierigkeit erleben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir freuen, sieh ich da, sei ich da, als Türk, als Gemeinde, auch Einzel, sieh ich da, wo die Haare haben. in der 1. Kapitel 8, du habe die Begebenheit, ich komme jetzt nach 2. Mose Kapitel 20, 2. Mose Kapitel 20, 2. Mose Kapitel 20, wenn man so mit der Haare hier sei, sagt, und Gott redet dir alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführt habe. Du sollst keine andere Gäste neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis nach irgendein Gleichnis machen, weder das ist oben im Himmel noch, das ist auf Erden, oder das ist im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der die Heimsucht der Väter messet hat, an den Kindern bis in das 3. und 4. Lied, die mich hassen. Und tue ich Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben, und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird dir nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Also hier sei wieder, dass Gott ist ein eifriger Gott, und heißt ein Gott, dass wir bloß arm allein wurden, dass wir nicht irgendwo auf die Höhen abgehen, dass die Kinder isst, irgendwo auf die Höhen abgehen, beiden wurden angebeten, heute wird angebeten und so wieder. Und wenn wir nicht wie Gott blieben, in der Gemeinschaft mit dem Haar, und wir sind eine seltsige Lehren her, dass wir immer ein oder andere Glück gehalten wurden. Man hat nicht gerade eine seltsige Mut, weil wir sind von denen gefordert, dass wir über den Glück gehalten wurden. Immer muss Gott uns genutieren, wie wir wakten stehen, gebeten, dass wir nicht Glück gehalten wurden, dass wir nicht Glück gehalten wurden, dass wir Gott in der Gemeinde sind, sondern wir würden eine brennende Zeit sein, wo der Welt war, dass wir uns genutieren, Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr, der Allmächtige, der der Wahr, der der ist und der der kommt, der wird nach Pfarrer kommen. Und wenn wir diesen Gott können, dann können wir ihn auch heilig halten. Immer war er, sagen wir in der Kirche Bibel, dass Menschen werden nicht vor, dass sie fallen können. Immer war er, Gott hat gesagt, wenn jemand mit mir geblieben ist, ich will ihn sehen, und Gott hat so eine riesige Sehne auf seinem Volk gegeben. Besonders riesige Sehne. Wenn die Menschen immer fangen, andere Gäste an zu beten, wenn sie von einem Weich drehen denken, dann hat er gesagt, dass wir ihn verstehen können, auf der Welt. Und noch einmal an, da fängt mit dem Kind der Israel, über den Wied und Breit, verstreht, und erlebt eine große Verschmachtung. Bloß, durch wen, dass sie nicht heute heilig, heilig, heilig gehalten, und dort gelebt, weil wir den Heiligen Gott, was sie dahinter hatten. Und das, was wir von der Brücke, der Brücke, der Brücke, von dem Hort nach oben, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Allmacher, und das wir auch anbeten, am der Verhältnis heute ist. Jo, wir sind dann hier vor, von Gott wasch zu drehen. In der Krankenhäuser, in der Leere steht, weil wir nicht Gottesdienst haben. Wir sind dann hier vor, und da wollen wir Dinge mal leicht vor dir nehmen. Wir waren doch nicht schock, dass wir Dinge leicht vor dir nehmen. Wir wollen mal verschiedene Dinge, Pläne melken, weil wir die Tätigkeit vielleicht, was uns Fleisch interessiert. und das gleich wie so ein Kräger in dieser Tätigkeit, wie so ein Maia, Maia, Taub kommen und beten, und sehen, was der Haar von uns hat, was in jeglicher Welle ist, und wie es in Taub kommt, was seine Tätigkeit bestohlen kann. In der Worte Anbetung, dort leben bloß die Worte, die Tätigkeit Gottes. Da wird ihre Schau in der Gegenwart Gottes ütgetrocknet haben. Im 2. Korinther Kapitel saß, vor sieben Tieren sage ich, darum geht alles von ihnen. Und dann müssen wir uns nennen, wir sollen über das weltliche Rücken gehen. Im 2. Korinther Kapitel saß, sieben Tieren. Darum geht aus von ihnen, und sandet euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an. So will ich euch annehmen, und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Tächte sein, spricht der Allmächtige Herr. Und so was sagt der Herr in seinem Wort, Gott rührt von Wohne, von dem wird der schlechte Ding drüben, in dieser Welt. Der wird der Aufhörter sein. Gott rührt von dem. Der wird nicht in der heiligen Gottes leben. Gott rührt von dem. Tau dich bei, an der Bitterkant zu gehen, an dem Tümer sein, wo wir sagen, du bist in der Gemeinde, und du gehst in der Bitterkant. Weißt du was, du hast eine gewaltige Führung an diesem Bitterkant. Aber gleich nicht, dass wir so schrien, leiflos, ab dem Menschen, die in der Bitterkant gehen, wo wir so sehr ehrlich rufen, und mir lächelt, dass du dein Gott, das mir lächelt, am Wort, ehrlich rufen. Kommt, weil wir tot kommen, weil wir alle in der Mörder kommen. Wir haben eine Gemeinschaft, weil wir dem Hahn dein. Wir haben dir nur mit dem Herrn, das ist herrlich, als wenn wir von heute rufen. Gott ist wirklich herrlich. Dass wir nicht in der Bitterkant gehen, wenn es einmal war, sei wie in der Bibel, dass Menschen, die in der Bitterkant gehen, die haben sich verloren. Die sind im Schicksal angegangen. Wer war im Schicksal angegangen? China von uns. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir nicht in der Bitterkant gehen, sodass wir in einer intimlichen Gemeinschaft mit dem Hahn sind. Wenn wir in der Frau stellen, wenn wir hier die Wilde aufwählen, und wir haben hier in der Wilde, in der Wilde, ziemlich viel Wilde, und wir haben hier die Läste zu brellen, und so weiter. Wenn wir ganz anders sagen, wenn wir die Töne haben, 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 dann werden wir nicht weit, alle weniger rum. Eigentlich, wir wollen alle schrieen auf die Töne Töne nicht. Was kommt hier? Hier ist die Vorstellung, kommt in der Mörder. Eigentlich, das ist wichtig, von der Zeit, wo wir leben dann, dass wir abräumen, dann kommt in der Mörder. Peutal. Weil wir te fort sein. Let's passieren. Weil wir im Glauben te fort wird, dass wir Gott erhöhen, weil wir verheольte. Weil wir Why our αν nicht so reich in den Merdenfalls. Er kam in den Merden an. Und zu wenig denn der Bitterkont ist sehr gefährlich. Viele Menschen die in den Bitterkonten gegangen sind, sind in den Fall gekommen. David ist dort. Das sagt David, der Mann aus dem Herzen Gottes. Aber David ging immer wach und ging in den Bitterkont. Und was passiert? Wenn Gott wach der einen ging in den Bitterkont, dann kam es ein großer Fall, der Fall im gewollten Sinn. Bloß der Weg, dass er nicht wie hier in der Gemeinschaft mit Gott geblieben, hier in der Merde geblieben. Also, hier in der Merde, mit Tinger Gottes Taub. Wir haben mal drehen, noch 1. Johannes Kapitel 2, verschreift hier in den Vers, was er selber kommt, habe ich nur die Tiefen nicht so sehr fehlen, als die Kirche gehört, weil ich sage dir diesen Weg, hab nicht lieb die Welt, nach was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem es nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, das Fleischeslust, und der Augenlust, und hoffertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir sind alle von der Welt, die wollen in Ewigkeit bleiben. Dann meint er, die wollen mit Jesus sein, so wie ich jeden von der Missionarin, wo sie sich nennen sollten, die von dem Harn zu schaufen, und dass sie dort am Harn zu sterben. Und es dort sagt er hier, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer über den Wellen Gottes steht, der bleibt in Ewigkeit. So ich würde für die Oblose, die Freion, falls du dort, oder hast du die Kloch, dass du nicht mehr bist, oder sagst du einmal, dass ich mag für den Harn zu spätieren, dass du nicht mehr bist, Aber ich sage, dass du nicht mehr bist, dass du nicht mehr bist, dass du nicht mehr bist, dass du nicht mehr bist. Gott führte Abraham rüht, und seine Verwandtschaft, fangen wir in 1. Mose 2, Vers 2 wieder, ich würde noch nicht nennen gehen, und bei 4. Rüht, wo weh, er will Abraham sass, wo er ihn führ. Und sagt Gott, er hat uns, dass der Kinge Israel, der Vater der Ägypten rüht, wo weh, dass wir so ein Schicksal in Ägypten leben, durch den Glauben deines zu leben. Und Gott führte die Kinge Israel, und er hat den Rüht, mit einer Mache gehauen, das sagt so, dass Pharao, wo die Kinge Israel, würde ihn nicht mehr rüht tragen. Weil Gott weiß, dass Heu Seier für die Mache wird, und das Volk kann rüht tragen, und Pharao macht seine Herr, der ging in Wut und Unja, wenn sie die Kinge Israel, nur hier und da hatten. Also Gott, er hat uns rüht geräubt, und er hat die Diesten, im Lächten. Und dort ist die Gemeinschaft, wo wir von der Kanteuf stehen, und es ist, dass es ein großer Fehrheit, jeder eine persönlich, der auf alle wen gelegen hat, in der Anbetung Gottes zu leben. Und jeder eine, aber leider, was ist ein großer Fehrheit, das wir kennen in Gemeinschaft, in der Anbetung Gottes zu leben. In Gemeinschaft, gescheitliche Leiter zu sein. In Gemeinschaft, den Namen des Herrn erhöhen, in dem Herrn hochheben, für wer er ist. Gott hat es nur mehr heben, und er hat die Kante, am besten nennen können, Frau Beschlüten dann. Jo, das habe ich im Persönlichen, und das habe ich auch gesehen, in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft, zu sehen, du hast eine sehr, wertvolle Gemeinschaft, was ich kann haben. Und du hast eine jährliche Kraft, was du vielmals oben beurteilen, was viele Menschen, die Hörten berührt haben, gesungen. Wenn du schön gesungen wirst, in dem Namen des Herrn erheut, in dem Wort, wie ich ein Leiter gesungen, dass Jesus rüht, meinen Schildbrief, von zwei, dann einmal sagt, Mensch, hey, wenn du jetzt den Schildbrief auf zwei gerät, dann werde ich dir doch annehmen, dass der Schildbrief auf zwei gerät ist. Und dann kommen sie dort in die Gemeinschaft, mit dem Herrn, wo er anbeten, und durch Gesang, sind noch viele Menschen getrocknet worden. Ich war uns bis ansporn, als Zeug von Scheinfeld, weil wir so schön ausmählen, weil wir beten können, dass wir so schön ausmählen, wir können die Gemeinschaft flehen, wir können so schön ausmählen, wir können so schön ausmählen, Stämmer heben, Gott hat heute an zu verheirrlichen, willst du es lieben? Du hast so viele, viele Anbetungsleiter, weil immer war er Mut geben dann, und da gehört immer war er, wo Lied von der Kirche sagen dann, wenn er ein Schöne gesangt wird, ein Kraftes gesangt wird, wird dort also abgebüht haben, wird so erfrischend werden. Ja, das ist eine Anbetung Gottes, du hast es zu erfrischend, du hast es ein innerlicher Mensch, der wird gespeist, die Säule kriegt nur, nicht bloß allein der Gebotschaft, und der Gesang, einmal kriegt eine Säule, kriegt eine Nahrung, und kriegt eine Speise, wo er eine große Eiligkeitswirt hat. Dann immer singen wir das Lied, oh Gott sei gelobt, für die Liebe im Sohn, und dann singen wir wieder, wo er sich auf Hände geht, so dass es eine Anbetung nicht war, und Gott kriegt die Ehe, wenn wir die Chancel-Stort-Leiter singen, wann wir die von heute singen dann, und wenn wir eine Worte Anbetung Gottes leben dann, dann singen wir von heute, dann singen wir mit dem Hort der Rütt, was wir singen, wenn wir jetzliche Leiter singen, so dass die Menschen, die in der Welt leben dann, die leben von der weltlichen Leiter, und wir hören dann manchmal Menschen, so deut sind gepackt worden, von der weltlichen Leiter, und dann sagen sie Lothar, dort sind immer bloß abscheulich, dort schrecklich, diese Leiter zuhören, wo sie sind gefallen, wo sie sind in der Anbetung Gottes, und sie kommen, nur einmal hasseliert die Schöneleiter, und sie haben so eine Freude, so ein Trostgebämer, diese Leiter hier gesungen worden, und andere Leiter, da singen wir das, und wir lachen und preisen die Felge dem Herrn, so dass sie in der Seierfäne Gruppen leiten, und von der aus oben ist, nur weil die Gottes Ehre, weil wir das mal in Gruppen singen, das soll nicht, Seierfäne schaufen, hier ist ein bisschen ein Stück, hier ist das so, dort ist eine Gruppe, das ist ein Stück, das ist ja man, und das wird hier im Schmerz sein, das ist eine Gruppe, und da ist das andere Gruppe, aber wir werden jetzt einmal, das zweimal durchsingen, das ist ja eigentlich, und das alle beteiligt, dann werden wir drei Gruppen, wir werden das durchsingen, wir werden das dreimal, das nächste Mal, nun wird das zweimal durchsingen, wir werden mal zwei schon abstimmen, wir werden mal sagen, Lobet und preiset ihr Felge dem Herrn, singt alle, wie wir singen können, Lobet und preiset ihr Felge dem Herrn, Freuet euch seiner und dienet ihm gern, Lobet, Lobet, Lobet den Herrn, Lobet und preiset ihr Felge dem Herrn, Freuet euch seiner und dienet ihm gern, Lobet, Lobet, Lobet den Herrn, Freuet euch seiner und dienet ihm gern, ich kann auch nicht bekan, ich kann auch nicht bekan, das ist das zweite und dritte, der Tod, was drei Mal da ist, singt, Lobet und preiset ihr Felge dem Herrn, Lobet und preiset ihr Felge dem Herrn, Wo wird am Preiset ihr verkehlt in Hand. ZANG EN MUZIEK 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 gehen, kriegt euch den, dass das Volk zu gefallen wäre, in Jerusalem so vernichtet wäre, so versträht wäre, und habe einmal hier, wie gerade die Schmache in Jerusalem wäre, dann wollte ich eigentlich gehen in Jerusalem, und ich wollte sein in dem Tempel, dort alles dort zu stellen, in dem Mauerraum in Jerusalem, da wollte ich gerade alle vor euch merken, alle, wo das Stuhl gebrannt ist, zwei Geräten ist, die Deren, was da losgebrannt ist, die waren frisch, was die Hänge auch merken, dort, wo die verbrennt ist, hat sich alle durchgestellt, wurden, in Nehemiah, wenn sie den Auftrag voll von Gott her soll gehen, dann bitte diesen weich, Ach, Herr Gottes Himmels, größer und schrecklicher Gott, der der Held im Bund und die Barmherzigkeit, denen, die ihm lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du hier bist, das Gebet deines Knechtes, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Kinder Israel, die wir an dir getan haben, und ich und mein Vaters Haus haben auch gesündigt. So, es fängt Nehemiah an. Er fängt fort an, Gott anzubeten. Er sagt, dass das die große Aufgabe hat, dass wir einmal nicht anders schmählich, als er mit Gott, wie er das anfängt. Und er sagt, Gott, du bist ein großer und ein schrecklicher Gott. Wo ihm braucht Nehemiah das Wort ein schrecklicher Gott? Nehemiah sagt, dass wir groß Gott werden, und wir einsetzen werden, diesem Gott zu sein, und du einander an das Tor. Er war dann in Daniel Kapitel 9, vor dem Feuer, wo wir durchlesen, dass Daniel kriegt so, dann einmal er betet, ach Herr, du größer und mächtiger und schrecklicher Gott. Wo wen? Wenn es Gott ist heilig, und es so scheint, in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben, wo Gott ist auch ein schrecklicher Gott, und es sei er ehrens, und von dir auch schon da auch, es scheint manchmal so, wenn wir Menschen glauben, dass Gott haftvoll die ändert. Und ich wollte das von dir auch behaupten, zum Schluss, und wir tun, lieber zuhören, dass Gott haftvoll noch nichts geändert, und sie ihn wird. Da haben wir bloß gemeldet, weil wir wirklich top stehen, und weil wir sehen, was das gut Gottes anzuliehen, denn, weil wir getrauen von der Welt, in dieser Heiligkeit Gottes, mit Gott erleben, am Unbeten, am Höchgehen, am Loben, am Preisen, und er sagt, wehtet, was er an deinem tun, über alles, soll hei das Hexe sein im Leben. Gute nach Frauen, und ich hoffe, nein, um die Bede. O Mache Gott, und vor dem Himmel, wir danken die Herr für deine Genod, wir danken die, dass du in Heil der Gott bist, in Herr, dass du uns weithillend hast, und wir dürfen in Unbeten Gottes leben, dass wir dürfen deine Tinge sein, dass wir dürfen die Führer nehmen, in Herr, die Bessens Führer, hab Dank. Hab Dank, Herr, dass du von dir auch, was du gewesen hast, was die Wichtigkeit von der Schau übertragen, und so viel Muld, dann fällt uns das Schwor, die Schau von der Feucht zu nehmen, an die Selbstgerechtigkeit, an die Ehenwälde, an die, an die, wenn wir die Hand gehen, fällt es das Schwor, und wir können meist nicht die Schau beleisen, denn wir müssen die Führer, ich bete, wir dürfen uns, und jeder einmal, von der wird sein, er kann nicht kein Schau übertragen, dass ich will, im Namen des Herrn Jesus, sagen, hier bin ich, ich trage mich, und ich bin für dich da, Herr, wir wollen die Höchheben, wir wollen die loben, und das ist die erste Zeit, wo wir leben, soll den Höchheil, der nun, mei, mei, verheiligt und gepriesen worden, durch deine Church, durch deine Gemeinde, über alles, dass deine Rechtheit wird gebeten, für uns, an zu beten, im Namen Jesus, Amen, Amen, Gut, dann haben wir noch ein Leid, von ihr Sankt, leider ungeleid, da wir singen, wir mal 430, Jesus Christus, gestern und heute, Jesus Christus, gestern und heute, und der Sankt, wir auch in alle Ewigkeit, Jesus Christus, gestern und heute, und der Sankt, wir auch in alle Ewigkeit, lasst uns ihm loben, für seine Liebe, lasst uns ihm loben, ihm und sein Herr, lasst uns ihm loben, für seine Liebe, lasst uns ihm loben, ihm und sein Herr, Jesus Christus, gestern und heute, und der Sankt, wir auch in alle Ewigkeit, Jesus Christus, gestern und heute, und der Sankt, wir auch in alle Ewigkeit, und der Sankt, kann man sich loben, und der Sankt, wir auch in alle由 향, von uns erlern und gar는 tubig, das Sankt, nur wenn man sich loben, dass wir uns in alle Ewigkeit, oder Sankt, wir auch in alle Ewigkeit, und das Sankt, das Sankt, die Sankt, Und derselbe auch in alle Ewigkeit. Jesus Christus, gestern und heute. Und derselbe auch in alle Ewigkeit. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben durch den Heiligen Geist und betet. Und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu Christus zum ewigen Leben, dem aber, der euch kann behüten ohne Fehl und stelle vor das Angegnet seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freude, dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, der Ere, der Majestät und gewaltet mal, nun und zu aller Ewigkeit. Amen. So, nun wird eigentlich sein, wenn wir scheiden. So, das ist nun eine frie Woh. Amen.